Was ist der Workshop mit der Frottage? Dieser Workshop hier beschäftigt sich mit der Frottage, die Max Ernst an verschiedensten seiner Bilder angewendet hat. Und wir haben verschiedene Objekte, von denen wir die Struktur auf Papier durchreiben mit Wachsreide. Und aus diesen verschiedensten Strukturen basteln die Kinder und Jugendlichen dann ihr Wundervögel, die jetzt auf dem ganzen Gelände ausgestellt werden. Das ist so cool! Ich liebe ihn! Das ist so cool! Ich liebe ihn! Wir wollen den Momenten fangen! Vielen Dank.